Im Unternehmertum wird immer so kolportiert, dass du nur tausend Fans brauchst, um ausgesorgt zu haben, damit dein Geschäft für immer fliegt. Aber wie baust du jetzt diese tausend raving Fans auf, diese richtig heißen Fans, die auf alles Lust haben, was du anzubieten hast und die du auch immer zufriedenstellen kannst? Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit dafür und die heißt Storytelling. Weißt du warum? Communities sind das, was du aufbauen willst und Communities ist das, was sich um eine Geschichte drumherum versammelt. Wenn du einen Tesla kaufst, dann kaufst du kein Auto. Du wirst Teil einer Community. Wenn du dir ein Apple-Endgerät kaufst, dann kaufst du dir kein Computer oder eine Smartwatch. Du kaufst dir ein Zugangsticket zu einer Community. Und diese Unternehmen, Apple, Tesla, aber auch andere, die sind Meister darin, gute Geschichten zu erzählen. Deswegen braucht Tesla zum Beispiel auch keine Fernsehspots, weil die einfach fantastische Storytelling machen rund um ihren Gründer. Und mit Steve Jobs war das nicht anders. Wie kannst du das jetzt aber anwenden? Was ist die Geschichte, bei der Menschen bei dir ein Teil davon sein möchten? Wo kann man sich bei dir anschließen? Was ist der Mehrwert? Du hast zwar, sage ich mal, ein Spülmittel, vielleicht ist das dein Produkt. Aber was ist der Mehrwert für eine Community? Wie baust du da drum einen Stamm? Also Raving Fans. Und das ist ein ganz spannender Gedanke, den du mal überlegen solltest, weil wenn du dich damit beschäftigst, mit diesem Thema Business Storytelling, dann ist die Frage, was erzählen sich denn Menschen gerade draußen über dich und dein Produkt? Erzählen die sich überhaupt schon was? Bist du überhaupt schon sichtbar und hast Reichweite? Und wenn dem so ist, was erzählen die sich? Jeff Bezos hat mal gesagt, der Gründer von Amazon, eine Marke oder eine gute Geschichte ist das, was andere Menschen über dich erzählen, während du nicht mit dem Raum bist. Was die sich hinter deinem Rücken über dich erzählen. Und das solltest du genau steuern. Und genau das zeigen wir bei Geschichten, die verkaufen, wie du einmal diese Positionierung findest, diese ganz klare Geschichte, um wie du deine zukünftige Community dazu bekommst, das weiterzuerzählen, Empfehlungsmarketing zu machen. Weil das ist die Königsklasse. Wenn du Menschen dazu bekommst, über dich zu sprechen, und zwar positiv, dann hast du den, ich sag mal, den Jackpot im Marketing geknackt und dann hast du eine echte Community. Und dann kommen Menschen dahin und da, wo Menschen sind, das ist wie in einem Club, da, wo die Schlange davor steht, da wollen andere dabei sein. Und dann wird diese Community größer und größer und größer und irgendwann wirst du auch mehr als diese tausend Menschen haben. Und dann hebt dein Business ab. Und dafür haben wir ganz einfache Strategien, womit du diese Geschichte festlegen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du gerne bei uns in den Podcast reinhören unter geschichten-die-verkaufen.de. Da findest du unseren Podcast, da findest du aber auch die Möglichkeit, dass du einfach mit uns ein kostenfreies Beratungsgespräch machst, mit uns und unserem Team. Und wir werden mal 30 Minuten lang uns in deine Marke vertiefen, mal richtig reingucken, wo ist das Community-Potenzial? Wo ist das Story-Potenzial? Was willst du damit eigentlich erzählen? Und dann geben wir dir eine ganz klare Marschroute, wie du diese Geschichte nach draußen bringst und deine tausend Fans und Follower findest, ohne die du in Zukunft gar nicht mehr leben möchtest. Also ich freue mich auf dich. Geh mal auf geschichten-die-verkaufen.de, dann lernen wir uns kennen. Ich lerne deine Geschichte mal kennen und gemeinsam bringen wir die dahin, dass du zukünftig nur noch Erfolgsgeschichten erzählst. Und darauf freue ich mich sehr. Bis gleich.